Beim Verordnen von Medikamenten können Sie für jedes beliebige Arzneimittel, egal ob aus der Eingrenzenliste, der Ökonomieliste oder der Liste der verschriebenen Medikamente, die zusätzliche Information mit einem einfachen Tastenkürzel anzeigen. Das jeweils aktuelle Medikament sehen Sie an der Hinterlegung mit einem blauen Hintergrundbalken. Drücken Sie die Tastenkombination Steuerungstaste plus I, so öffnet sich ein Dialogfenster, in dem Sie die weitere Zusatzinformationen über das Medikament anzeigen können. Klicken Sie auf OK oder drücken Sie die Taste ESC, um diesen Dialog zu schließen.